Wolf bietet Haus und Keller aus einer Hand an. Du hast da eine Schnittstelle, das sind nicht verschiedene Firmen, die sich zusammenreden müssen oder wo etwas nicht passt, sondern es wird wirklich vom Aushub bis zum doch oben alles von Wolf gemacht. Es war wirklich dann vom ersten Gespräch an so, dass wir uns wohlgefühlt haben. Dass wir gesagt haben, okay, man kennt ja die Mythen vom Fertighäusern, dass das vielleicht nicht ganz so qualitativ hochwertig ist. Und so war die Angst genommen worden, gleich beim ersten Termin und wie wir jetzt sehen, sind wir sehr zufrieden und haben absolut die richtige Wahl getroffen. Genau der Grund für Wolf war, also nach dem ersten Gespräch, was wir gehabt haben, die Individualität, Freundlichkeit, Kompetenz und Qualität. Also wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis für das Geld, was wir ausgeben. Wir haben ein Budget gehabt, das wir uns festgelegt haben, was wir für dieses Geld bekommen. Da waren wir überzeugt bei Wolf. Und dass alles super funktioniert hat, dass es jetzt wirklich dasteht und so schön worden ist, wie es worden ist und alle haben seine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft, macht einen schon sehr stolz. Ich bin Luciana real holend. annot ihr eigenes Erwartung. Bis zum nächsten Mal.